Wilbert Audreys sprechende Eisenbahnen, Thomas die Tenderlock und andere Eisenbahngeschichten. Aus dem Englischen von Joseph Guggenmose, Illustrationen von C. Reginald Dalby. Edward hat Ausgang. Es war einmal eine Lok, die Edward hieß. Edward wohnte mit fünf anderen Loks in einem Schuppen. Die anderen waren alle größer als Edward und verlachten ihn. »Dich holt der Lokführer nie mehr«, sagten sie. »Er braucht Loks, die groß und stark sind. Wie wir.« Edward war schon lange nicht mehr draußen gewesen. Er war ganz traurig. In diesem Augenblick kamen der Lokführer und der Heizer, um mit der Arbeit zu beginnen. Der Lokführer betrachtete Edward. »Warum schaust du denn so traurig drein?«, fragte er. »Möchtest du heute hinaus?« »Ja, bitte«, rief Edward. Da zündete der Heizer das Feuer an und machte ihm einen tollen Dampf. Darauf zog der Lokführer den Hebel und Edward setzte sich in Bewegung. »Tschi! Tschi!«, pfiff er. »Schaut mich an!« Die anderen ärgerten sich mächtig, dass sie daheim bleiben mussten. Edward fuhr los und holte Wagen. »Gib schön acht, Edward«, baten die Wagen. »Und remple uns nicht so grob an, wie es die anderen Loks immer machen.« Da rollte er langsam, ganz langsam zu den Wagen und der Rangierer koppelte sie an. »Vielen Dank, Edward«, sagten die Wagen. »Das war lieb von dir. Wir freuen uns, dass du uns heute holst.« Dann fuhren sie zu der Station, wo die Leute warteten. »Tschi! Tschi!«, pfiff Edward. »Einsteigen bitte! Rasch!« Da stiegen die Leute rasch in den Zug, und Edward wartete darauf, dass der Schaffner die Trillerpfeife blies und die grüne Fahne schwenkte. Er wartete und wartete. Keine Trillerpfeife war zu hören, keine grüne Fahne war zu sehen. »Tschi! Tschi! Tschi! Tschi!«, pfiff Edward. »Wo steckt er denn, der Schaffner?« Edward wurde ungeduldig. Der Lokführer fragte den Stationsvorsteher. »Hast du den Schaffner gesehen?« »Nein«, sagte dieser. Sie fragten den Mann von der Gepäckbeförderung. »Hast du den Schaffner gesehen?« »Ja, gestern Abend«, sagte der Mann. Edward wurde allmählich böse. »Sollen wir hier ewig warten?«, fragte er. In diesem Augenblick schrie ein kleiner Junge. »Dort kommt er!« »Wahrhaftig! Dort kam der Schaffner, den Hügel herabgerannt, in der einen Hand die Fahne, in der anderen ein belegtes Brot.« Er lief auf den Bahnsteig, blies in die Trillerpfeife und sprang in den Gepäckwagen. Edward dampfte los. Er verlebte einen herrlichen Tag. Wo er durchkam, rannten die Kinder herbei und winkten ihm zu, und auf allen Stationen traf er alte Freunde. Edward arbeitete so gut, dass der Lokführer ihm versprach, ihn am nächsten Tag wiederzuholen. »Morgen darf ich wieder hinaus«, erzählte er den anderen Loks am Abend im Schuppen. »Wie findet ihr das?« Doch wie die anderen das fanden, hörte er nicht mehr. Er war auf der Stelle eingeschlafen. Müde und glücklich. Edward und Gordon Eine von den Loks in Edwards Schuppen hieß Gordon. Er war sehr groß und stolz. »Kleiner Edward«, sagte er, »heute Nachmittag kannst du was Tolles erleben. Da brause ich nämlich mit dem Expresszug durch.« Gleich darauf zog der Lokführer den Hebel. »Tschüss, kleiner Edward«, rief Gordon, als er davon dampfte, »und pass gut auf heute Nachmittag, damit du mich siehst.« Edward ging auch hinaus, um Güterwagen zu verschieben. Edward tat das gerne. Es war sehr lustig, mit den Güterwagen zu spielen. Da konnte er leise herankommen und ihnen plötzlich einen Schubs geben. »Oh, oh, 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 oh«, kreischten die Güterwagen. »Um Himmels Willen, was ist los?« Edward schob die Güterwagen vor sich her, und wenn sie es am wenigsten erwarteten, dann hielt er plötzlich an. Dann rumpelten die dummen Güterwagen aneinander. »Oh, oh, oh, oh«, riefen sie wieder. So spielte Edward mit den Güterwagen, bis keine mehr zu verschieben waren. Dann blieb er stehen, um zu verschnaufen. Da hörte er plötzlich ein Pfeifen. Gordon keuchte daher, ganz langsam und ganz verdrossen. Statt schöner, schimmernder Personenwagen zog er viele schmutzige Kohlenwagen. »Ein Güterzug, ein Güterzug, ein Güterzug,« jammerte er. »So eine Schande, so eine Schande, so eine Schande!« Langsam schlich er vorbei, und die Güterwagen rasselten und klapperten hinter ihm drein. Edward lachte und ging, weitere Güterwagen zu suchen. Bald danach kam ein Bahnwärter und sprach mit Edwards Lokführer. »Gordon, komm nicht in den Berg hinauf! Komm doch mit Edward und lass ihn schieben!« Sie fanden Gordon halb auf dem Berg. Dort stand er und machte ein böses Gesicht. Sein Lokführer und sein Heizer sprachen in ernstem Ton mit ihm. »Du strengst dich überhaupt nicht an,« sagten sie. »Ich kann einfach nicht,« sagte er. »Mit diesen lärmenden Güterwagen vergeht einem alle Lust. Wenn's Personenwagen wären, saubere, anständige Dinger, die leise nachkommen, ja, dann wär's was anderes.« »Wir sind zum Schieben gekommen,« sagte Edwards Lokführer. »Nützt doch nichts,« brummte Gordon. »Abwarten,« sagte Edwards Lokführer. Der Zug wurde an den Fuß des Berges zurückgebracht. Edward stellte sich hinter den Bremswagen am Ende des Zuges. »Tschi, tschi, bin bereit,« rief er. »Tschi, tschi, kannst doch nichts,« brummte Gordon. Der Schaffner blies die Trillerpfeife, und die beiden zogen und schoben mit aller Kraft. »Ich schaff es nicht, ich schaff es nicht, ich schaff es nicht,« schnaufte Gordon. »Ich helf dir doch, ich helf dir doch, ich helf dir doch,« schnaufte Edward. »Ich schaff es nicht, ich helf dir doch, ich schaff es nicht, ich helf dir doch, ich schaff es nicht, ich helf dir doch,« schnauften sie gemeinsam. Edward schob und schnaufte und schnaufte und schob, was er nur konnte, und da war Gordon, ehe er es recht begriff, oben auf dem Berg. »Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft!«, rief er stolz. Dabei vergaß er ganz, dass Edward hinten schob. Ohne Danke zu sagen, fuhr er weiter, so schnell, dass der Lokführer ihn erst auf der dritten Station zum Halten brachte. Edward konnte ihm nicht mehr folgen. Außer Atem blieb er auf dem Berg stehen. Als Edward zur nächsten Station kam, sagten der Lokführer und der Heizer zu ihm, dass sie sehr zufrieden mit ihm seien. Der Heizer gab ihm einen herrlichen Schluck Wasser zu trinken, und der Lokführer sagte, »Morgen hole ich meine Farben und male dir ein prächtiges neues Kleid, blau mit roten Streifen. Dann bist du die hübscheste Lok im Schuppen.« Von Henry, dem es schlechter ging. »Der Regen schadet meinem Rock!«, so rief entsetzt die eitle Lok. Vor ein paar Regentropfen kroch die Lok, die Dumme, in ein Loch. Dann aber saß die Lok im Loch, gefangen viele Wochen noch. Die Lok, die vor dem Regen in einen Tunnel geflohen war, hieß Henry. Lokführer und Heizer redeten auf ihn ein, doch er rührte sich nicht vom Fleck. »Der Regen verdirbt mir mein hübsches grünes Kleid mit den roten Streifen«, sagte er. Der Erschaffner blies die Trillerpfeife, bis ihm der Schnaufer ausging. Er schwenkte die grüne Fahne, bis ihm der Arm wehtat. Aber Henry blieb im Tunnel und qualmte ihn an. »Deinetwegen lasse ich mir nicht mein hübsches grünes Kleid mit den roten Streifen verderben«, sagte er grob. Auch die Fahrgäste kamen und redeten auf Henry ein, aber er bewegte sich nicht. Ein dicker Direktor, der im Zug war, sagte zum Schaffner, er solle ein Seil holen. »Dann werden wir dich eben rausziehen«, sagte er. Aber Henry blies ihn nur mit Dampf an und machte ihn nass. Sie banden das Seil fest, und dann zogen sie alle. Nur der dicke Direktor nicht. »Mein Doktor hat gesagt, ich darf nicht ziehen«, sagte er. Sie zogen und zogen und zogen, aber Henry blieb, wo er war, im Tunnel. Dann gingen sie an das hintere Ende des Zuges und versuchten es mit schieben. »Eins, zwei, drei, schieben«, sagte der dicke Direktor. Aber er selber half nicht mit. »Mein Doktor hat gesagt, ich darf nicht schieben«, sagte er. Sie schoben und schoben und schoben, aber Henry blieb, wo er war, im Tunnel. Schließlich kam ein anderer Zug. Der Schaffner schwenkte die rote Fahne und hielt den Zug an. Nun gingen die zwei Lokführer, die zwei Heizer und die zwei Schaffner zu Henry und verhandelten mit ihm. »Schau doch, es hat aufgehört zu regnen«, sagten sie. »Ja, aber es kann jeden Augenblick wieder anfangen«, sagte Henry. »Und was wird dann aus meinem grünen Kleid mit den roten Streifen?« Da brachten sie die andere Lok heran, und diese schob und schnob und schob und schob aus Leibeskräften. Aber Henry blieb, wo er war, im Tunnel. Da gaben sie es auf. »Dann bleib, wo du bist«, sagten sie zu Henry. »Aber heraus kommst du nie mehr.« Sie montierten vor Henry das Gleis ab, bauten ihm eine Mauer vor die Nase und gruben einen neuen Tunnel. Jetzt kann Henry nicht mehr hinaus. Er muss zusehen, wie die Züge an ihm vorbeisausen. Und niemand sieht mehr sein hübsches grünes Kleid mit den roten Streifen. Darüber ist er sehr traurig. Aber ich meine, ihm geschieht recht. Was meinst du? Edward, Gordon und Henry Edward und Gordon brausen oft an dem eingesperrten Henry vorbei. Dann rief Edward »Hallo, ich bin's«, und Gordon rief »Dummkopf, Dummkopf, Recht geschieht dir«. Der arme Henry konnte nicht antworten. Er hatte keinen Atem mehr. Ihm war das Feuer ausgegangen. Der Schmutz, der vom Tunneldach auf ihn gefallen war, hatte ihn verdreckt. Traurig und frierend stand er im Tunnel. Wie gern wäre er wieder hinaus, um Züge zu ziehen. Der große, starke Gordon zog immer den Expresszug. Er war stolz darauf, dass nur er das konnte. In den Wagen saßen viele wichtige Leute. Unter ihnen war auch der dicke Direktor, der Henry eingesperrt hatte. Gordon wollte ausprobieren, wie schnell er laufen konnte. »Schneller, schneller, schneller«, keuchte er. »Holla, Juche, holla, Juche, holla, Juche«, riefen die Wagen. Schon konnte Gordon den eingesperrten Henry in seinem Tunnel sehen. Er kam näher und näher. Fast hatte er den Tunnel erreicht. Da! Ein Knall! Pfiiiisch! Eine Dampfwolke hüllte ihn ein. Langsamer und langsamer schleppte er sich dahin. Der Lokführer hielt den Zug an. »Was ist los mit mir?«, fragte Gordon. »Ich fühle mich so schwach.« »Dir ist das Sicherheitsventil geplatzt«, sagte der Lokführer. »Du kannst den Zug nicht mehr ziehen.« »Oh Gott«, klagte Gordon. »Wir waren doch so herrlich in Fahrt. So...« »Schau nur. Henry lacht mich aus!« Gordon schnitt Henry eine Grimasse und blies Rauch gegen ihn. Alle Leute stiegen aus und betrachteten Gordon. »Hm«, sagte der dicke Direktor. »Ich habe diese großen Loks noch nie gemocht. Mit denen geht immer was schief. Jemand muss sofort eine andere Lok holen.« Der Schaffner machte sich auf die Suche. Inzwischen wurde Gordon abgekuppelt und auf ein Nebengleis gefahren. Im Schuppen war nur noch Edward zurückgeblieben. »Ich will's gern versuchen«, sagte er. Gordon sah ihn kommen. »Was will der denn?«, sagte er. »Edward kann doch den Zug nicht ziehen.« Edward zog und zerrte und zerrte und zog. Aber er bekam die schweren Wagen nicht vom Fleck. »Ich hab's doch gleich gesagt«, spottete Gordon. »Warum lasst ihr nicht Henry ran?« »Ja«, sagte der dicke Direktor. »Soll er es probieren.« »Willst du ziehen helfen, Henry?«, fragte er. »Gern«, sagte Henry sofort. Da ging Gordons Lokführer zu Henry und entzündete das Feuer. Einige Streckenarbeiter brachten die Mauer ab und legten die Gleise neu, und als Henry genug Dampf hatte, keuchte er hinaus. Er war verdreckt. Sein Kessel war schwarz und mit Spinnenweben bedeckt. »Ach, bin ich steif! Ach, bin ich steif!«, stöhnte er. »Lauf ein bisschen, damit du wieder gelenkig wirst, und schau, dass du eine Drehscheibe findest«, sagte der dicke Direktor freundlich. Als Henry zurückkam, fühlte er sich wohler. Man stellte ihn an die Spitze des Zuges. »Tschi, tschi, tschi, pfiff Edward. Ich bin bereit. Tschi, tschi, pfiff Henry. Ich auch.« »Ziehen wir mit Macht, ziehen wir mit Macht«, schnaufte Edward. »Wir werden's schaffen, wir werden's schaffen«, schnaufte Henry. »Ziehen wir mit Macht, wir werden's schaffen, ziehen wir mit Macht, wir werden's schaffen«, »schnaufen sie gemeinsam.« Die schweren Wagen ruckten. Sie bewegten sich und liefen schneller und schneller. »Wir beide schaffen's, wir beide schaffen's, wir beide schaffen's«, riefen Edward und Henry. »Ihr schafft's, hurra, ihr schafft's, hurra, ihr schafft's, hurra«, sangen die Wagen. Alle Leute im Zug waren begeistert. Der dicke Direktor lehnte sich aus dem Fenster, um Edward und Henry zuzuwinken. Aber der Zug fuhr so schnell, dass ihm der Hut auf einer Wiese davonflog, wo ihn eine Ziege zum Abendbrot verspeiste. Ohne Halt fuhren sie bis zu der großen Station am Ende der Strecke. Dort stiegen alle Fahrgäste aus und sagten »Vielen Dank«, und der dicke Direktor versprach Henry ein neues Farbkleid. »Möchtest du blau und rot?« »Ja, bitte«, rief Henry. »Dann bin ich wie Edward.« Edward und Henry rollten gemütlich nach Hause. Dabei nahmen sie Gordon mit und halfen ihm heim in den Schuppen. Von nun an waren alle drei Loks gute Freunde. War das eine Freude für Henry, als er seine neue Farbe bekam. Voller Stolz trägt er jetzt sein neues Kleid. Aber vor dem Regen flieht er nicht mehr in einen Tunnel. Er weiß ja, dass es ein besseres Mittel gibt, um schön zu bleiben. Am Abend, wenn die Arbeit getan ist, bittet er den Lokführer, ihn wieder blank zu reiben. Thomas und Gordon Thomas war eine Tender-Lok und lebte auch auf der großen Bahnstation. Er hatte sechs kleine Räder, einen kurzen, stämmigen Schornstein, einen kurzen, stämmigen Kessel und einen kurzen, stämmigen, angebauten Kohletender. Thomas war eine eifrige kleine Lok, immer unterwegs, um Wagen herumzuziehen. Er zog reisefertige Wagen zur Station, wo große Loks mit ihnen zu langen Fahrten starteten. Kamen Züge an und waren die Leute ausgestiegen, zog er die leeren Wagen fort, damit die großen Loks wegfahren und sich ausruhen konnten. Aber frech war Thomas auch. Weil er sich einbildete, keine Lok arbeite so fleißig wie er, spielte den anderen gerne Streiche. Am liebsten schlich er zu einer großen Lok, die vor sich hindößte, und erschreckte sie. Tschi, 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 schlafmütze, wach auf, pfiff er. Warum arbeitest du nicht so fleißig wie ich? Dann lachte er keck und lief davon, um weitere Wagen zu suchen. Eines Tages rastete Gordon auf einem Abstellgleis. Er war totenmüde. Der große D-Zug, den er immer zog, war mit Verspätung eingetroffen, und er hatte laufen müssen, was er nur konnte, um die verlorene Zeit aufzuholen. Er war gerade am Einschlafen, als der freche Thomas herankam. Schlafmütze, wach auf, pfiff er. Streng du dich zur Abwechslung auch mal an. Du kriegst mich nicht, lachend lief Thomas davon. Gordon fand keinen Schlaf mehr. Er überlegte, wie erst Thomas heimzahlen könnte. Eines Morgens wurde Thomas nicht munter. Lokführer und Heizer bekamen ihn nicht flott. Das Feuer wollte nicht brennen, und Thomas hatte nicht genug Dampf. Es war höchste Zeit für den D-Zug. Die Leute warteten, aber die Wagen kamen nicht. Endlich setzte sich Thomas in Bewegung. Ach, du liebe Zeit, gähnte er. Komm schon, riefen die Wagen. Beeil dich! Thomas gab ihnen von hinten einen groben Stoß und schob sie zur Station. Trödelt doch nicht so, trödelt doch nicht so, zischte er. Wo hast du nur gesteckt? Wo hast du nur gesteckt? Fragten die Wagen verärgert. Thomas hastete zur Station, wo Gordon wartete. Hey du, beeil dich, rief Gordon ärgerlich. Schee, 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 beeil du dich doch, rief der freche Thomas. Ja, sagte Gordon. Das tue ich. Und bevor die Wagen noch recht zum Halten kamen, war er schon von seinem Nebengleis herbeigeeilt und wurde an den Zug gekoppelt. Einsteigen bitte, pfiff er schnell. Da stiegen die Leute schnell ein, das Signal ging nieder und der Schaffner gab das Zeichen zur Abfahrt. Thomas pflegte an den großen Zügen hinten zu schieben, um ihnen beim Start zu helfen. Dabei wurde er stets davor abgekoppelt, damit er anhalten und umkehren konnte, wenn der Zug in Fahrt gekommen war. Diesmal war er zu spät gekommen und Gordon lief so schnell los, dass man Thomas abzukruppeln vergaß. Los geht's, los geht's, rief Gordon den Wagen zu. Zieh fester, zieh fester, rief Thomas zu Gordon vor. Der schwere Zug bewegte sich langsam aus der Station. Doch dann lief der Zug schneller und schneller, zu schnell für Thomas. Er wollte halten und konnte nicht. Tschi, tschi, halt, halt, pfiff er. Weiter, 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 lachte Gordon vorn. Du kannst nicht los, du kannst nicht los, lachten die Wagen. Der arme Thomas lief so schnell, wie er noch nie in seinem Leben gelaufen war. Er geriet außer Atem. Seine Räder taten ihm weh, aber er musste weiterlaufen. Das macht meine Räder kaputt, dachte er traurig. Ich werde nie wieder sein, wie ich war. Endlich hielten sie auf einer Station. Alle lachten, als sie Thomas hinten keuchen und nach Luft schnappen sahen. Man koppelte ihn ab und stellte ihn auf eine Drehscheibe. Und dann ging er auf ein Nebengleis, wo er aus dem Weg war. Na, kleiner Thomas, kicherte Gordon, als er vorbeikam. Weißt du jetzt, was sich anstrengen heißt? Sag! Der arme Thomas war noch nie so außer Atem, dass er nicht antworten konnte. Er dampfte langsam davon, um sich auszuruhen, und trank einen riesen Schluck. Ganz langsam ging er nach Hause. Und von nun an war er nie mehr frech zu Gordon. Thomas zieht den Zug. Thomas murrte oft, weil er keine Personenzüge ziehen durfte. Die anderen Loks lachten. Du bist viel zu ungeduldig, sagten sie. Du würdest bestimmt etwas vergessen. Quatsch, sagte Thomas wütend. Wartet nur. Ich werde es euch schon noch zeigen. Eines Nachts war er alleine mit Henry. Henry war krank. Die Männer arbeiteten angestrengt, aber es wurde nicht besser mit ihm. Henry zog jeden Morgen den ersten Zug, und Thomas brachte ihm die reisefertigen Wagen. Wenn Henry krank ist, dachte er, vielleicht lassen sie mich seinen Zug ziehen. Thomas ging und suchte die Wagen. Schnell kommt mit, schnell kommt mit, rief er aufgeregt. Ist doch noch Zeit genug, ist doch noch Zeit genug, brummten die Wagen. Er zog sie zum Bahnsteig und wollte dann gleich um sich herum und nach vorne rollen. Aber sein Lokführer ließ sie nicht. Sei doch nicht so ungeduldig, Thomas, sagte er. Thomas wartete und wartete. Die Leute stiegen ein, der Schaffner und der Stationsvorsteher gingen auf und ab, die Bahnbediensteten schlugen die Türen zu, und Henry kam noch immer nicht. Thomas wurde von Minute zu Minute aufgeregter. Der dicke Direktor kam aus seinem Büro, um nachzusehen, was da los war, und der Schaffner und der Stationsvorsteher erzählten ihm von Henry. Schaut, dass ihr eine andere Lok findet, sagte er. Es ist nur Thomas da, sagten sie. Dann musst du heute ran, Thomas. Mach schnell. Da lief Thomas gleich nach vorn und ging rückwärts zu den Wagen. Immer mit der Ruhe, sagte sein Lokführer. Warte, bis alles fertig ist. Aber Thomas war so aufgeregt, dass er kein Wort hörte. Was dann geschah, weiß kein Mensch. Hatte man vergessen, Thomas an den Zug zu koppeln? Hatte Thomas in seiner Ungeduld nicht gewartet, bis sie fertig waren? Oder hatte der Lokführer aus Versehen den Hebel gezogen? Jedenfalls, Thomas fuhr los. Die Leute schrien und winkten, aber Thomas hielten nicht an. Die winkten alle, weil ich eine so tolle Lok bin, dachte er stolz. Henry sagt, es ist schwer, den Zug zu ziehen. Aber ich, ich schaffe es spielend. Schnell, 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 paffte er und kam sich fast wie Gordon vor. Als er zum ersten Stellwerk kam, sah er Männer, die sich herauslehnten und winkten und schrien. Sie freuen mich, weil sie mich sehen, dachte er. Sie haben mich noch nie einen Zug ziehen sehen. Es ist nett von ihnen, dass sie winken. Er pfiff, tschi, tschi, vielen Dank, und raste weiter. Aber dann kam er zu einem Signal. Es zeigte, Halt! Zum Kuckuck, dachte er. Jetzt muss ich halten, wo ich so schön in Fahrt war. Signale sind doch was Dummes. Wütend blies er, tschi, tschi, mit seiner Pfeife. Dann kam einer von den Bahnwärtern gelaufen. Hallo Thomas, sagte er. Was tust du hier? Ich ziehe einen Zug, sagte Thomas stolz. Siehst du das denn nicht? Und wo sind deine Wagen? Thomas schaute zurück. Verflixt, rief er. Ich hab sie dort gelassen. Ja, sagte der Bahnwärter. Geh nur schnell und hol sie. Der arme Thomas hätte am liebsten losgeheult. Nur Mut, sagte der Lokführer. Wir müssen schnell zurück, dann probieren wir es noch einmal. Auf dem Bahnsteig sprachen alle Fahrgäste gleichzeitig auf den dicken Direktor, den Stationsvorsteher und den Schaffner ein. Sie schimpften, was das für ein schlechter Bahnbetrieb sei. Doch als Thomas zurückkam und sie sein trauriges Gesicht sahen, konnten sie ihm nicht mehr böse sein. Thomas wurde angekuppelt und diesmal zog er den Zug wirklich. Aber noch lange Zeit danach wurde Thomas von den anderen Loks verlacht. Wenn sie ihn sahen, riefen sie, Schau, dort ist Thomas, der einen Zug ziehen wollte und die Wagen vergaß. Thomas und die Güterwagen Nachts im Schuppen brummte Thomas oft vor sich hin. Immer muss ich hier Wagen verschieben. Ich will die Welt sehen! Die anderen Loks kümmerten sich nicht darum, denn der kleine Thomas blabberte viel. Aber eines Nachts kam Edward in den Schuppen. Er war eine freundliche kleine Lok und hatte Mitleid mit Thomas. Morgen muss ich etliche Güterwagen nach Hause bringen, sagte er. Wenn du sie übernehmen willst, verschiebe ich hier die Wagen. Tausend Dank, rief Thomas, das wird schön werden. Am anderen Morgen fragten sie ihre Lokführer und die beiden sagten ja. Thomas war glücklich. Er fuhr gleich los und suchte die Güterwagen. Doch Güterwagen sind schmutzige, lärmende Wesen, die viel reden und auf nichts Acht geben. Sie höre nicht auf ihre Loks und wenn diese hält, rumpeln sie aufeinander und kreischen. Oh, 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 um Himmels Willen, was ist passiert? Leider muss ich dazu sagen, dass sie einer Lok, die sie nicht genau kennt, gern einen Streich spielen. Edward kannte die Güterwagen ganz genau. Er warnte Thomas, ja auf der Hut zu sein, aber Thomas war zu aufgeregt, um zuzuhören. Der Weichensteller befestigte die Kupplungen und als das Signal niederging, war Thomas abfahrbereit. Der Schaffner blies die Trillerpfeife. Schi, schi, antwortete Thomas und setzte sich in Bewegung. Aber die Güterwagen waren noch nicht darauf gefasst. Oh, 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 kreischten sie, als sich ihre Kupplungen plötzlich strafften. Warte, Thomas, warte! Aber Thomas hatte keine Lust zu warten. Mir nach, mir nach, paffte er. Und die Güterwagen zockelten murrend vom Nebengleis aufs Hauptgleis. Thomas war glücklich. Kommt mit mir, kommt mit mir, paffte er. Schon gut, mit der Ruhe. Schon gut, mit der Ruhe, murrten die Güterwagen. Sie klapperten durch die Stationen und rumpelten über Brücken. Thomas pfiff. Schi, schi. Und sie brausten durch den Tunnel, in dem Henry eingesperrt gewesen war. Dann kamen sie auf den Hügel, an dem Gordon stecken geblieben war. Jetzt vorsichtig, ganz vorsichtig, warnte der Lokführer. Er drosselte den Dampf und begann die Bremsen anzuziehen. Wir müssen gleich halten, wir müssen gleich halten, rief Thomas. Nein, 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 riefen die Güterwagen und rumpelten aufeinander. Nur zu, nur zu. Sie stießen Thomas den Hügel hinab und ratterten und lachten hinter ihm dreien. Der arme Thomas versuchte mit aller Kraft, langsam zu werden. Hört auf zu schieben, hört auf zu schieben, zischte er. Aber die Güterwagen hörten nicht auf. Nur zu, nur zu, kicherten sie in ihrer Dummheit. Jetzt hatten sie das Tal erreicht. Schon sah Thomas die Stelle vor sich, wo sie halten mussten. Oh Gott, was mache ich nur? Sie ratterten durch die Station und zum Glück war die Strecke frei, als sie in den Güterbahnhof einbogen. Oh, oh, äh, äh, schrie Thomas. Die Bremsen blockierten seine Räder und er schlitterte über die Schienen. Halt, 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 dachte er und schloss die Augen. Als er sie wieder öffnete, sah er, dass er dicht vor einem Rambock stand und auf diesem erwartete ihn der dicke Direktor. Was machst du hier, Thomas? fragte er streng. Ich bringe Edwards Güterwagen, antwortete Thomas. Warum bist du so gerast? Ich wollte nicht. Man hat mich geschoben, sagte Thomas traurig. Hast du schon einmal Güterwagen gezogen? Nein, noch nie. Dann musst du noch eine Menge dazulernen, kleiner Thomas. Diese Güterwagen sind dumme Dinger und müssen in Zucht gehalten werden. Wenn du hier ein paar Wochen Güterwagen verschoben hast, kennst du sie genauso gut wie Edward. Dann bist du eine richtig tüchtige Lok. Thomas und der Pannenzug Jeden Tag kam der dicke Direktor zur Station, um hier seinen Zug zu besteigen. Und jedes Mal sagte er Hallo zu Thomas. Auf dem Güterbahnhof gab es eine Menge Güterwagen. Jeden Tag kamen andere und Thomas schob und zog sie an den richtigen Platz. Er hatte gedacht, er würde alles spielend schaffen. Nun sah er, dass er sich gewaltig anstrengen musste. Aber weil der dicke Kontrolleur so nett zu ihm gewesen war, wollte er lernen, mit Güterwagen zurechtzukommen, um eine richtig tüchtige Lok zu werden. Auf einem Nebengleis standen ein paar Wagen für sich alleine, die Thomas, wie man ihm gesagt hatte, in Ruhe lassen sollte. Es waren dies ein kleiner Personenwagen, ein paar dicke Güterwagen und zwei merkwürdige Dinger, die sein Lokführer Kräne nannte. Das ist der Pannenzug, sagte er. Wenn irgendwo ein Unglück passiert, steigen die Arbeiter in den Personenwagen und eine Lok bringt sie schnell dorthin, damit sie den verletzten Leuten helfen und die Strecke freimachen und ausbessern. Die Kräne sind dazu da, so schwere Sachen wie Loks, Personenwagen und Güterwagen hochzuheben. Eines Tages, als Thomas auf dem Güterbahnhof arbeitete, hörte eine Lok Hilfe, Hilfe pfeifen und ein Güter zugraste heran, viel zu schnell. Die Lok, eine neue namens James, fahre in heller Aufregung. Ihre Bremsblöcke brannten und Rauch und Funken stoben nach beiden Seiten. Sie schieben mich, sie schieben mich, keuchte er. Nur zu, nur zu, nur zu, lachten die Güterwagen. Dann verschwand der arme James, der immer noch Hilfe, Hilfe pfiff, unter einer Brücke. Denen hätte ich es schon beigebracht, sagte Thomas. Bald danach schrillte im Stellwerk eine Glocke und dann kam ein Mann gerannt. James ist entgleist, schrie er. Den Pannenzug, schnell! Da wurde Thomas angekuppelt, die Arbeiter sprangen in die Personenwagen und sie fuhren los. Thomas arbeitete, was er konnte. Schnell, 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 paffte er. Und diesmal glaubte er wirklich, er sei Gordon. Diese verflixten Güterwagen mit ihren Streichen, dachte er. Hoffentlich ist dem armen James nichts passiert. Sie fanden James und die Güterwagen in einer Biegung der Strecke. Einige von den letzten Wagen waren noch auf den Schienen, aber die vorderen lagen alle in einem Haufen übereinander. James stand auf der Wiese vor einer Kuh, die ihn verwundert anschaute. Lokführer und Heizer befühlten ihn auf allen Seiten, um zu sehen, ob er verletzt war. Nur Mut, James, sagten sie. Du kannst nichts dafür. Schuld sind diese hölzernen Bremsen, die man dir gegeben hat. Wir haben schon immer gesagt, die taugen nichts. Thomas schob den Pannenzug aufs Nebengleis. Dann zog er die heilen Güterwagen fort. Oh Gott, oh Gott, jammerten sie. Geschieht euch recht, geschieht euch recht, schnob Thomas zornig. Als die Männer andere Güterwagen aufs Gleis schafften, zog er auch diese fort. So pustete er rückwärts und vorwärts den ganzen Nachmittag. Es war eine harte Arbeit. Das wird euch eine Lehre sein. Das wird euch eine Lehre sein, sagte er zu den Güterwagen. Und diese quietschten, in trauriger Stimme. Oh ja, oh ja, oh ja. Nachdem das Gleis repariert war, setzten die Kräne James wieder auf die Schienen. Er versuchte sich zu bewegen, aber es ging nicht. Da half ihm Thomas zurück in den Schuppen. Der dicke Direktor erwartete sie voll Ungeduld. Gut gemacht, Thomas, sagte er freundlich. Man hat mir alles erzählt und ich bin sehr zufrieden mit dir. Du bist eine richtig tüchtige Lok. James bekommt ein neues Farbkleid und du, du bekommst eine Nebenstrecke für dich allein. Wunderbar, rief Thomas voll Freude. Jetzt ist Thomas so glücklich, wie er nur sein kann. Er hat eine Nebenstrecke ganz für sich allein und dampft voll stolz jeden Tag mit zwei Güterwagen vor und zurück. Dabei fühlt er sich nie einsam, denn am Knotenpunkt trifft er immer eine Lok, mit der er plaudern kann. Edward und Henry halten oft und erzählen ihm das Neueste. Gordon ist immer in Eile und hält nicht an, aber er vergisst nie, dem kleinen Thomas »Hö, du« zuzurufen und Thomas pfeift »Chi-Chi« zurück.